Go Chat! Rein in das Finale. Wir haben alle Kobras besiegt, bis auf Wolgen und natürlich dann The Boss als The Boss. Das sind die einzigen zwei, die uns noch fehlen. Wolgen hat letzte Woche Snake mies zusammengeschlagen. Mies zusammengeschlagen. Snake hat jetzt mittlerweile sein Auge verloren, so wie man ihn aus Phantom Pain kennt. Mit dem Augenpatch. Jetzt hat er hier endlich sein Auge verloren. Haben wir dafür auf jeden Fall die Lore bekommen, wieso er im fünften Teil kein Auge hat. Jetzt haben wir es herausgefunden. Ich habe einen Streamtitel gelesen und mir kurz Hoffnung gemacht, dass SigSong vielleicht wirklich angekündigt wurde. Leider nicht. Leider nicht. Ich war hyped, ich hatte gehofft, aber nee. Und wir sind jetzt geflohen, nachdem Wolgen uns zusammengeschlagen hat und haben uns hier in einer versteckten Höhle mit Olga getroffen. Und Snake sammelt jetzt neue Energie, um den finalen Angriff zu starten gegen die Kobras. Im vierten doch auch schon, aber im vierten ist das nicht der Snake, den wir hier haben. Wollen Sie etwas? Nein, danke. Im vierten haben wir den Snake aus 1, 2 und 3. Äh, 1 und 2. Synthia? Synthia? Was ist diese japanische Scheiße? Dann sind das nicht die mit ihren komischen, gezeichneten Filmchen? Das klang wie das Lachen vom Maskenhändler aus Majora's Mask. Und der Song kommt schon zum dritten Mal im Spiel. Kojima macht den Song sehr gerne. Jetzt verbinde ich den Song immer damit, dass ich meinen Stuhl kaputt gemacht habe, ne? Hat sie gerade sein totes Auge geküsst? Dankeschön. Dankeschön, Snake. Okay. Dankeschön. Danke. Das war sehr gut. Man, Snake, habt doch mal für eine Sekunde Spaß. Mit nur so viel, könnt ihr die Schagohat und den Laben zusammen mit dem. Ist das richtig? Ja, aber es gibt einen Trick zu benutzen. Me erzähl mal. Bem, was ihr denkt? Oh, cute. Sie ist so wohl. Sie ist so wohl. Okay. 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 Der Kommand ist wichtig, damit wir ihn nie vergessen. Also, was mache ich, nachdem ich den C3 setze? Die Bomben zerren den Timer. Als der Timer setze, wird der Countdown beginnt. Wenn der Timer 0 erreicht, werden die Bomben alle auf einmal. Wie lange habe ich? 20 Minuten. Als die Phase-II-Triale fertig sind, wäre ich nicht überrascht, wenn sie alle Wissenschaftler töten, um sie zu sprechen zu können. Also, ihr müsst schnell agieren. Eskort-Mission. Eva, hast du die Daten auf den Schagohat von Sokolov bekommen? Ja. Das ist die Mission, die ich gegeben habe. Von Cruise-Gen? Mhm. Ja. Amerika hat es nicht so gut, hat er? Aber ich habe auch nicht vergessen, meine andere Mission. Ich helfe dir aus. Junge, jetzt lass doch den Arm Jungen ruhe. Er ist überfordert mit Frauen. Lass ihn doch. Für ihn gab es ein Leben lang nur Krieg. Erinnerst du, als du zu rettenen Sokolov ging? Erinnerst du, dass es eine Türe locket wurde, als du den Hauptfluss des Hauptfluss des Hauptflusses? Ja. Das ist die Entrance zum Schagohat. Okay, die Tür kenne ich noch. Usez diesen Knopf, um die Türe zu öffnen. Die Türe, genau, als ich die Hauptfluss? Ich habe es. Hauptfluss. Was für dich? Ich werde die Sachen bereitstellen für unseren Weg. Es gibt eine Rettungsbranche zum Norden. Ich zeige dir, wo die Türe locken. Ich zeige dir. Ich zeige dir. Und schau auf Ocelot. Er schweigt, dass du nicht bist, wer du sagst. Keine Worte. Der Colonel ist noch gar nicht. Der Colonel ist gay. Der ist gay, der steht nicht auf dich. Der verarscht dich. Die checkt das nicht. Ich weiß. Ich weiß nicht. Okay. Los geht's. Du siehst, wie du geboren bist auf einer dieser Seite. Wenn ich nicht fahren kann, kann ich nicht leben. Huh? Wenn ich fahren kann, der Wind mich so schwer, dass es schmerzt. Das Schmerz, das Schmerz, das Schmerz, das Schmerz, das Schmerz zu sein. Das Schmerz. Das Schmerz. Das Schmerz. Das Schmerz. Okay, Tanya. Don't let anyone see you. Huh? Sie hat ein Foto vorhin gemacht? Oh, was ist das? Es ist eine Button-Kamera. Was hast du das für? Insurance. Um sicher, dass du mich nicht doppelt crossen. Drohmaterial! Hey! Was? Was? Du wirst wieder weinen. Ja, let's go! Äh, Helldiver gestern war sehr cool. War sehr cool. Ich mag's. Aber ich habe keine Freunde. Schon so Big Brain. Ja, die hat sich nur vorher nass gemacht. Also eigentlich stört sie die Nässe gar nicht. Aber sie hat sich nur so nass gemacht, damit sie dann bei Snake eine Ausrede hat, wieso sie sich auszieht. Nicht damit dann Snake so was sagt. Wieso ziehst du deine Klamotten aus? Ne? Sondern, dass sie dann direkt weiß, ah okay, sie zieht ihre Klamotten aus, ne? Weil es ist wieder trocken und es ist kalt, ne? Sie hat ihn einfach an ihrem Finger gedreht und gewirbelt wie ein Kaugummi. Oder so. Hallo? Hallo? Boah, Chat! Chat! Mein Akku ist leer, Chat! Warte, gleich. Gleich dazu. We back! Hier ist immer noch Alarm. Okay, ich weiß wo ich bin. Haben die nicht gesagt, die haben alle Lupen geschlossen? Bis auf die eine. Und jetzt geht hier doch noch eine andere auf. Die nehmst du nicht so mit der Sicherheit und mit den Befehlen, oder? Haben die bestimmt gar nicht gesehen, weil da ein Auto geparkt war. Wenn Chef nicht kontrolliert, ja machen die das halt auch nicht, ne? Faulenschweine. Achso, das sollte glaube ich einfach nur zeigen, hey, er kommt nicht mehr zurück auf diesem Wege. Das war's. Er muss sich einen anderen Ausweg suchen. Vorschlagen, äh, klassisch über den Zaun. Äh, aber Chat, was ich zeigen wollte. Und zwar, ähm, bei den Rocket Beans. Ihr kennt die vielleicht, ne? Hier, Game One, Game Two, dies, das, ne? Man kennt's, ne? Die haben, zwei von denen, die, ähm, sich, ähm, jahrelang, äh, davor, ähm, ähm, gescheut haben, Metal Gear zu spielen, weil sie Metal Gear hassen, zwingen sich jetzt, äh, Metal Gear durchzuspielen in einem Let's Play. Und, ich hab dir in den ersten Part reingeschaut. Und ich muss euch, ich muss euch diese komplette Überforderung zeigen. So. Ich muss euch diese komplette Überforderung. Es wurde auch, glaube ich, in den Kommentaren gementioned. Hier. Junge. Jetzt geht's ab. Also, äh, achso, ihr seht's noch gar nicht hier. Also, Colin unten links, er spielt das jetzt. Das ist ganz am Anfang noch in der Bunker, in der, 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 nicht der Bunker, denn in der Schiffsmission. Hä? Okay, jetzt kommst du. Ich fühl das so sehr, Mann. Ich fühl das so sehr, Mann. Diese Überforderung mit dieser Steuerung. Ah, cool. Falsche Richtung geschossen. Hm, glück jetzt schon. Es wäre pure Freude, dir zuzugucken. Mhm, ist auch eine pure Freude zu spielen. Komplette Überforderung. Ich komm jetzt das Zorc hier erstmal. Noch kein Schuss. Irgendwie nur halbwegs in die richtige Richtung geschossen. Jetzt wird noch der Thermo angemacht. Das ist keine Autoration gerade im Griff, ne? Egal. Gut. Ist mir nicht ganz egal, aber... Oh, Mann. So einen leisen Furz würdest du ja auch wahrscheinlich erst gar nicht mitkriegen. Also erst dann, wenn es eh zu spät ist. Ah, schon mal ein Treffer. Zweiter. Aber so ein Schleicher ist manchmal auch der schlimmsten. Was war das denn? Granate. Ah ja, so geht es die ganze Zeit weiter. Und es gibt ja am Anfang in Metal Gear Solid 2 kämpft man ja auch gegen Olga. Die, wenn ihr euch an den Kampf noch erinnert... Ist das hier? Hier, hier ist es sogar perfekt getroffen. Hier, der Kampf gegen Olga. Wo die die ganze Zeit nur hin und her läuft. Ähm, und die haben irgendwie zehn Versuche gebraucht, um die zu besiegen. Zwischendurch, äh, das in Frage gestellt, ob das überhaupt mit der Pistole, die sie haben, das machbar ist. Ob die auf dem Weg irgendwo vergessen haben, eine richtige Waffe zu finden. Ähm, irgendwo vergessen haben, die Waffe zu finden. Haben dann, wollten dann wieder zurück ins Menü gehen. Haben aber vergessen zu speichern, so wie ich das ja auch mal gemacht hatte. Ähm, vor ein paar Wochen. Mussten das gesamte Spiel nochmal komplett von neu anfangen. Sind dann da wieder angekommen. Ohne die richtige Waffe. Äh, ohne die richtige Waffe. Wieder nur mit dieser Waffe. Und haben sich dann irgendwie noch durchgezwungen oder so. Und haben es dann irgendwann geschafft. Kann nicht jeder so krass sein, wie du. Nein, das sag ich ja nicht. Also im ersten Run... Ich wurde gesehen. In meinem ersten Run damals vor irgendwie vier Jahren oder so. Habe ich ja auch ziemlich große Probleme gehabt mit Metal Gear Solid 2 Steuerung. Hatte ja extrem Probleme gehabt. Weil ich absolut nicht klar kam auf die Steuerung. Äh, hab ja auch sehr geraged damals teilweise bei dem Spiel und so. Ähm, aber ob ich bei Olga zehn Tries gebraucht habe oder so, I don't know. Das weiß ich nicht. Also jetzt in diesem Replay, wo ich jetzt gemacht hatte, habe ich Olga, ich glaube beim ersten Versuch. Also Olga ist ja auch nicht schwer. Sie rennt die ganze Zeit nur von links nach rechts. Da musst du ja nicht wirklich irgendwas großartig können. Aber so der Kampf bei denen sah da auch so aus, dass die ganze Zeit sich hingelegt haben, aufgestanden, falsch angelehnt, in die falsche Richtung gezielt. Die ganze Zeit nur Probleme mit der Steuerung gehabt. Aber fühle ich halt. Die Steuerung ist auch wild. Ja, das ist komplett komisch, die Steuerung. So, ich weiß halt nicht, wie damals 3D-Spiele waren, wenn es zum Shooten geht, wie kompliziert die da waren. Wenn du so ein Spiel hattest, was so kombiniert war mit Third Person, aber auch gleichzeitig mit First Person. Ne? Ähm, wie das damals da geregelt war. Was? Ach, den Hund, Leute. Ich habe den Hund vergessen. Ich habe den Hund vergessen. Ob das damals intuitiver war als heute? Aber heute, wenn du Spiele spielst und dann Metal Gear Solid 2 anfängst. Es ist halt null intuitiv. Ja, Aimprobleme habe ich bei jedem Kampf. Gameplay, äh, Controller-Steuerung halt, ne? Da habe ich bei jedem Kampf. Aber ich bin nicht irgendwie zehnmal bei Olga gestorben. Ja, jetzt kann ich auch durchrennen, oder? Jetzt haben die mich gesehen, jetzt kann ich durchrennen. Jetzt kann ich auch durchrennen. Ey! Schildschlag. Habe ich den gerade noch erwischt? Okay. Tut, 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 tut. Ich muss hoch. Stealthiskegg ist zweiter Name. Ja, ich habe den Hund vergessen. Und dadurch jetzt ungewollt Alarm ausgelöst. Das war nicht mein Plan. Aber ja, bevor ich jetzt mich, äh, töten lasse oder so, oder alles nochmal von vorne mache, renne ich einfach durch. Wir waren ja schon hier letzte Woche. Hier gibt es jetzt auch, glaube ich, nichts Neues. Ähm, ich suche gerade was anderes. Ähm, ich weiß nicht, ob das was bringt. Äh, ein Karton. Ob der was bringt. Karton B, Karton A. Ob das hier was bringt. Weil das ist hier Waffenlabor, Hangar. Und die werden das wahrscheinlich erkennen, dass das Karton nicht hier hingehört. Komm auf den Karton an, ja. Also du findest mehrere Kartons und... Wow, ich komm hier nicht durch. Jeder Karton hat halt eine andere Beschreibung. War auch, by the way, bereits so in Metal Gear Solid 1. Okay, kann sein, wenn Alarm ist, lassen die mich nicht durch. Haben die die alle getötet? Ich hab niemanden hier angeschossen. Haben die die einfach niedergemäht? Help! Ja, Snake hält ein bisschen was aus, okay? Okay. Ich hab's gefunden. Die Musik ist so gut. Ja, Stealth Schmelf, Leute. Juckt. Ja, gesneakt. Ihr sneakt den, ja. Man ist aber auch in Metal Gear Solid 3 echt insane tanky. Man kann halt so easy durchrennen. Man kann halt so easy durchrennen. Volgin, however, is a different story. He's planning to use the Shagahod to turn the Cold War into a blazing hot one. We can't let him have it. Agreed. Agreed. That leaves just one more mission for you to carry out. The boss. Exactly. For now, just focus on destroying the Shagahod. Yes, sir. I'll let Sigint fill you in on how to destroy it. No. Like the people were saying. If you're looking to blow the whole place sky high, the best way is to take out those liquid fuel tanks with the C3. You know, there's four tanks in there, right? You have to put C3 on all four of them. To plan a C3 charge, all you gotta do is equip the C3 and press the weapon button while standing in front of a tank. Just a TNT. But make sure you don't plant it in the wrong place. You barely got enough C3 as it is, right? Good point. I'll make sure not to plant it anywhere else. Good man. And be careful. Liquid fuel has a nasty habit of going off at the slightest shop. So don't go using any heavy firepower near the tanks, unless you're aiming to get yourself barbecue. Barbecue. I'll keep that in my head. Barbecue, Delzo. The C3 charges all have to go off at once, if you want to bring down the hangar in one fell swoop. So if I were you, I'd wait until after you plant the last charge to start the timer mechanism. All right. I'll make sure I finish planting all four charges before I start the timer. Once the timer set, you've got 20 minutes until it explodes, right? So make sure you get your ass out of that place by then. I think that's about all I've got. The rest is up to you. What's up now? We're counting on you, Snake. So. Jetzt vernünftig, okay? Jetzt aufpassen. Ähm. Meine Verletzungen sind auch alle weg. Die Cutscene hat mich geheilt. Ich habe keine Verletzungen mehr. Okay. Dann suchen wir mal, ne? Dann gehen wir mal auf die Suche. Vier Tanker. Da hinten steht schon mal einer. Warte, ich gehe mal kurz hoch, um zu gucken, ob hier jemand... Fuck, da ist ja jemand. Ähm. Das ist wieder die falsche Waffe. Die Cutscene hat mir wieder die Waffe ausgerüstet, die ich nicht haben will, oder? Das ist die falsche. Dieses Game, wieso macht das das immer? Wieso ändert das immer deine, deine... Also nur weil man in der Cutscene, ähm, ne Waffe trägt, ist die Waffe dann automatisch bei dir ausgerüstet. Das ist so komisch. Äh, und ich habe keine Ahnung, wieso die ganzen Rationen hier ausgerüstet sind. Schraubenziege? Was ist eine Schraubenziege? Ach so, das war das, das ist die Ziege. Äh, das Essen. Ich habe hier eine Ziege gefangen. Äh, gefangen. Ich habe sie mit einer Pumpgun niedergemäht. Gibt Frequenzen, mit denen du zum Beispiel Feuerunterstützung aus der Luft bekommst. Oder auch eine Healing Radio Frequ- Was? Schi- schieß los. Was ist die... Heel... Heel... Frequenz. Ups, falsche. Kann ich irgendwie seine Uniform klauen? Wie bei Hitman, das wäre cool. Weil ich ihn da angelehnt habe. Ja, wir haben da hinten eins. Das haben wir gerade gesehen. Ansonsten sehe ich gerade kein anderes. Ich hoffe, die sehen mich hier oben nicht. Wenn ich einfach so stolziere. Hey Jason Man! Jason Man! Da ist noch einer links. Ich glaube, da ganz hinten ist noch einer. Also, die stehen, glaube ich, direkt hintereinander, beide. Oh, hier kommt man gar nicht runter, Leute Ich dachte, ich kann hier runterkommen Okay, ich muss komplett unten lang gehen Läuft bis dato Hab ich gerade erst angefangen Die Mission fängt jetzt an Den Laden hier in die Luft zu sprengen Best of game, dankeschön für 6 Monate So, ist hier irgendwo einer unter mir? Ich spiele auf normal Hat das einen Einfluss oder was? Ob ich dann anrufen darf oder nicht Oh, Mosin Aber Mosin ist laut, ne? Also Mosin ist ja die Sniper Sniper Rifle Mit der man auch betäuben kann Aber ich glaube, das wäre hier zu laut, oder? Ich meine, ich kann ja mal versuchen Einmal Wenn ich erwischt werde, dann verstecke ich mich halt Aber ich glaube, wenn man in so einer großen Halle Plötzlich mit einer Sniper Rifle schießt Ich glaube, das werden die alle hören, oder? Das schallert hier, glaube ich, komplett durch, oder? Nein Das schallert nicht durch Nehmach Uwu Uwu Es gibt 8 insgesamt Je nachdem, welche Schwierigkeitskarte du hast Und die sind unterschiedlich Okay, schick Schick Liste Also die Nummern Kannst du bestimmt irgendwo rauskopieren, oder? Die Frequencies Können wir durchtesten Die Spielereien Ich weiß halt nicht, wie die Mechanical dazu stehen Wenn sie mich sehen Ob sie ein Problem damit haben, mich zu sehen Ob die denken Hey, ich bin einer von Wolgens Leuten Oder ob die denken Intruder Das haben die gesehen Das haben die gesehen Das haben die gesehen Ich dachte nicht, dass sie den oben gesehen haben Dass der umfällt Dankeschön, Alexa Ich hab deinen Rücken Äh Mal gucken, was da kommt Und woher kennt man die? Also findet man die im Spiel, die Nummern? Oder war das damals im Handbuch drin? Oder woher kommen die? So, was kommt hier? DMCA? Hier läuft irgendein Song Ich glaub, das ist DMCA, oder? Ich werd gebannt dafür Wenn wir den Song hören Ähm Okay 46, 65 Ja, ist dein kleines Radio dabei Kannst ein bisschen Musik hören 65 Okay Stark Sind das jetzt alles nur Songs? Okay Ja, also Nicht nur Klar, aber Aber Ich kann die Songs wahrscheinlich nicht abspielen Wenn das jetzt irgendwelche Irgendein Gamer-Shit ist Ich dachte, vielleicht gibt's da irgendwelche Gespräche Oder so noch Jumping Johnny Junk Raspberry Wir füllen unser Radio Hier 43, 32 Persona 5 Musik 45 45 45 83 Alarm aufheben kannst du auch Sind dann auch wieder andere Frequenzen Ach, das sind richtige Cheats quasi Du, da, 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 du, da Okay, zwei Stück noch Das sind richtige Cheats, oder wie? Hesu Yam Sergei Mantis Hieß der Mantis in Metal Gear Solid 1 Sergei? 41, 85 Aufsenderjagd Don't be afraid Rika Muranaka Stark 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 Starkes Easter Egg Da gab's doch bestimmt Leute damals Die sind dann Jede Frequenz einzeln durchgegangen Schon war ein guter Abend Erstmal wegen einem Easter Egg Strike kassieren Ja, strike wahrscheinlich eher nicht Wenn, dann wird das VOD wieder gemutet Oder so So ein Trash Ne, ich glaub Die Minusse dazwischen Grey sind nicht Negative Frequenz Sondern als Trennung Ja, ein bisschen kurz auf Time erwarten Ich kann, warte Ich kann mich mal noch umziehen Ich hab mich noch gar nicht angepasst Hier Spitter Und Schoko Schoko-Zitrone Nein, nein, nein Bleib hier Warum hat das erste dann Minus? Ja, weil Minus und Plus gleich Minus ergibt Aber Minus mal Plus ist dann Minus mal Minus ist dann Plus Und Simple Mathematik, Mann Ich wurde gesehen Wieso ist der Timer wieder oben? Wer hat mich denn gesehen? Ach Wer ist denn da? Bitte Als ob die mich gesehen haben Muss ich die C3 ausrüsten? Ich mein, wenn ich schon hier bin, ne? Das ist die Da ist die C3 Ey, die haben einen Shotguns Das ist unfair Du kennst bestimmt die Wurzel aus 452 Ja, ist ja easy Das ist ja easy Frag mich was Schwierigeres Was haben wir denn hier drin? Wir haben hier eine Beschwerde Eine Schusswunde Schön mit dem Messer raus Ein bisschen desinfizieren Dann verbinden wir den Spaß Und dann ein schönes Verband drauf So, was haben wir denn hier? Noch eine Schusswunde Mitten in der Brust Mit der Shotgun Die selbe Prozedur Geil Und da oben in der Schulter Haben wir Aha Eine Schusswunde, Leute Ja, das können wir easy Reparieren So Oh, ich hab desinfizieren vergessen Okay Desinfektion einfach oben drauf Auf den Verband Wo ist der Typ? Die schießen einfach In ihre eigenen Leute Oder so Ja, Leute Ich bin Profi, okay? Ist der gerade ausgerutscht? Ist der eine Typ Gerade ausgerutscht? Muss ich die unten Drunter anbringen? Oder darf ich dabei Nicht gesehen werden? Der Alarm muss weg sein Okay Der andere Typ Ist wieder wach Oder so? So Noch Fragen? Wer war denn da? Ach, komm schon Jetzt kommt der Unterstützungstrupp Wer war denn da? Ja, die Tarnung mit dem Arbeiter habe ich nicht gefunden. Hatte auch gehofft, dass es vielleicht irgendwo eine gibt. Aber ich habe Nudeln unterm LKW gefunden. Hattest du nicht nur eine Nadel im Rücken gehabt? Dann hast du sie jetzt im Gesicht. Oh, falsche Seite. Ja, das bin ich. Stark. Es gab in einer der Spinde. Ich hatte letzte Woche alle Spinde mir angeschaut. Da ist noch einer. Und alle waren zu. So gut wie alle. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Da macht Alarm. Lüge. 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 So, wo ist denn der letzte jetzt? Das ist der dritte. Mein letzter MGS3 Run ist ungefähr so vor vier Jahren gewesen. Da habe ich alle am Stück durchgeballert. Ich habe auch nicht ewig mehr Zeit. Kann sein, dass die gleich bald alle aufstehen werden. Wie komme ich denn nach oben? Auf der anderen Seite, ne? Kann sein, dass die gleich alle aufstehen. Die ersten, die ich ja alle umgeboxt habe. Die hier. Ja, wo ist der letzte? Ich gehe davon aus, er wird wahrscheinlich oben sein. Weil oben war ich noch nicht. Der ist nicht oben, Chat. Da unten. Ah, scheiße. Jetzt habe ich nicht runter kann. Nein, 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 nein. Scheiße, die sind wieder wach. Die ersten wachen auf. Bitte. Der weckt die gerade auf. Nein, Lüge, 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 Lüge. Lüge, 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 Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Haps. Sneaky. Ja, da, da, da meinte ich, Alexa. Da habe ich die Spinte alle, meine ich, letzte Woche durchgetestet. Und die waren alle, ähm, zu. Und die, die aufgingen, da war nirgends vom Kostüm drin. Vielleicht habe ich letzte Woche ein Kostüm gefunden, aber habe es nicht gecheckt. Aber ist glaube ich jetzt auch schon egal. Stealth. Das ist das Remaster für die PS5. Das Remake dauert noch. Er hat aus dem Herzen ein Schmetterling gemacht. Okay. Cool, I guess. In Smash Ultimate macht Snake diesen Schmetterling auch manchmal anstatt von einem C4. Echt? Das ist ja cool. Major. Ich habe das C3 geplant. Ich bin jetzt auf meinem Weg raus. Hörst du, Snake. Ist Evo die Erklärung? Ja. Hörst du sicher? Sie kann es tun. Okay, dann. Hörst du und raus. Hörst du da raus. Hörst du da raus. Hörst du da raus. Ach, Boss. Komm schon. Ich meine Lieblingswaffe. Warum kommst du zurück? Tom. Ich meine, wir machen uns nicht weiter. Noch nicht. Ich meine Lieblingswaffe. Und das ist ja so. Es ist noch ein Schuss. Champions League. aber brügel knabe 1 da war etwas was war das hat das der countdown der liefner wann explodieren mit dem giftigen lippenstift ne Sie hat nach dir gerochen. Es war Gasoline. Motorcykelgasoline. Sie hat es von mir gefühlt. Und wieso verrät sie das? Wieso darf Tatjana kein Motorrad fahren? Schau, wie eine schöne Frau sie war. Es tut mir leid, sie zu töten zu töten. Ja, sie war ein obedientes Kind. Sie war mein preciestes kleine Pett. Hey! Stopp! Nicht in die Rippchen. Was war das? Hast du etwas zu sagen, was mir zu sagen? Geh zur Hölle! Ja, wahrscheinlich hat er erkannt, an dem Motorkraftstoff, dass das ein Motorrad ist, der Amerikaner. Was ist das? Du wirst. Du wirst. Du wirst. Ich habe genug besonderes von dir. Hey! Ich sollte es wissen, dass Sokolov nicht genug genug war, um so einen Lieber zu haben. Nur wie der KGV, um etwas so schönes, aber so schrecklich zu senden. Was ist das Philosophers-Legasie? Sehr gut. Ich werde es erklären, bevor ich dich töte. Danke. Ich nehmt von dir. Wichtige Lord-Chat, aufpassen. Kommt im Test vor. Das war ein Blueprint, um die Macht der Axis zu schützen und eine neue Ordnung der Welt zu schützen. Das ist ihr Geld. Diese Macht ist das Philosophers-Legasie. Nachdem der Krieg gewonnen wurde, waren die drei Länder die Philosophers-Legasie zwischen sichern. Das erklärt, warum die USA und die Sowjetunion konnten, die beste Wissenschaftler in Deutschland auszulassen, sobald die Krieg endete. Aber unsere große Mütter-Mütter-Mütter-Mütter-Mütter-Mütter-Mütter-Mütter-Mütter. Sie haben totalen Kontrolle über die Vergangenheit. Das Geld wurde verabschiedet und durch Banken über die Welt verabschiedet. Natürlich Schweiz. Natürlich. Ganz wichtig. Schweiz an erster Stelle. Das Microfilm enthält ein Rekord von all diesen Transaktionen. Nach meinem Vater' Tod lernte ich dieses Geheimnis und den Mikrofilm erhielt. Mit diesem Geld und dem Unterstützung von Brezhnev und seinen Alliern, habe ich diese Fortress von Groznygrad und die Forschung der Forschung der Forschung. Aber dieser wertvolle Böden-Granin verabschiede, habe ich verabschiedet, und habe ich verabschieden, auf Khrushchev's dog Sokolow und seine Erinnerung, die Schagohard. Meine Position in Gru hat es zu verabschieden, um die Forschung der Forschung der Forschung der Forschung der Forschung. Aber die Spie Network, die Schagohardung durch die Schagohardung, noch existiert. Ich verabschiede es um die Böden-Granin, und sagte, dass sie verabschieden. Die Böden-Granin war genug zu sehen, um meine Weise zu sehen. Die Welt war einmal ein, aber die Konflikt zwischen den Philosophern hat es in zwei. Wir werden die Geschichte zu verabschieden, um die Rift zu verabschieden, um die Welt zu verabschieden. Für das tun wir brauchen, die Kraft und die Kraft zu verabschieden, die genug Kraft zu bringen, um die Welt zu verabschieden. Die Kraft zu verabschieden, die Schagohardung und die Kobra-Unit. Ich habe die Kobras verloren, aber ich habe noch die Schagohardung und die Vergangenheit. Es gibt nichts, was die Amerika tun kann, um uns zu verabschieden. Boss, mach das irgendwo sicher. Komm mal, hol es dir. Kann schon, kann schon. Bettel drum. Autsch, sie hat mich gelesen. Nicht reden. Nicht reden. Nicht reden. Okay. Okay. Lass alles zu mir. Was plant Boss? Kampf wie ein Krieger, Volgan. Aber natürlich. Kann uns nochmal Sorrow zeigen, wie spät das ist? Hey, 2 gegen 1 ist nicht wie ein Kämpfen wie ein Krieger. Lass mich erheben. Ich habe den Moment erwartet. Zeit, um sich selbst zu kommen. Das ist ein Flexkampf. Wer kann am coolsten flexen? Das ist ein Flexkampf. Wer kann am coolsten flexen? Piss nicht. Jetzt ist mein Handschuh ausgezogen. Jetzt geht's ab. Du wirst da stehen und schauen. Entstanden? Bitte, Colonel. Lass mich... Es ist quasi ein Dance-Off, ja. Okay. So ein Idiot. Da. 7 Minuten. Entschuldigung. Sorry for the delay. Let's get started, shall we? Könnt ihr euch noch an einen Stream erinnern? Wo ich gesagt, wo ich über einen Bosskampf geredet hatte, der auf seiner komischen Plattform Fahrstuhl stattfindet. Und man ist irgendwie im Nahkampf die ganze Zeit unterwegs. Aber ich konnte mich nicht erinnern, welcher Kampf das ist. Das ist er. Das ist schon länger her. Aber ich hab ihn gefunden. Das ist er. Das ist er. Der hat seine Klamotten einfach verbrannt. Und... Halber Cyborg. Es ist nur du und ich jetzt. Rajang! Und... Nein! Nein! Get it memorised? In Close Combat Quarter macht die Snake eigentlich voll fertig, haben wir ja schon kurz gesehen, dass Wolken damit überfordert ist, mit dieser Technik. Du bist mein Sonn des Bosses! Sonn des Bosses! Ugeee! Moment, Ocelot hat auch ne Lebensleiste? Ach du Scheiße. Ey! Hab ich getroffen? Pass auf Chat, wir gehen so. Booh! Da! Zigotto only Nein, nein, ah, oh, schade. Wann, wieso kotze ich? Ähm, der, der blockt das ab mit Petronis, äh, mit seinem Schild, oder wegen dem Superschild. Der hat da ein krasses Superschild. Okay, erstmal herausfinden, wie er geht hier. Wieso macht er irgendwie die ganze Zeit meine Munition komplett leer? Hm, hm, der hat mir meinen Fuß getroffen. Hm, die miese Sau. Ja, das gut, nicht kotzen. Das ist ja wirklich einfach Brian aus Tekken, ne? So nicht. Ja, sobald er mich mit dem Blitz trifft, ist meine ganze Munition weg. Was für Brian? Äh, aus Tekken, der hat auch, ähm, fast so eine Glatze, nur mit ganz seichten weißen Haaren. Hat auch so, ähm, im Gesicht so, ähm, so Narben. Kennst du bestimmt, ne? Du als Tekken-Spieler. Okay, so nicht. Konnte man? Ah, hier, Kreis. Okay, so geht's auch nicht. Äh, ich hau einfach ab. Okay, abhauen ist keine Option. Hm. Also, äh, also mit dem Zigarettengras, ich hab halt nicht genug Zigarellos, ne? Um das zu machen. Ich könnte halt versuchen, einen Ocelot anzuschießen. Ob das was bringt? Ja, der dodged. Hier gibt's einen Rhydonny-Stack? Wo gibt's den Rhydonny-Stack? Also, Pistole geht ja wohl nicht. Das erlaubt er mir nicht. Die Rhydon-Maske aufsetzen. Ivan. 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 Is it really you? Oha. Oha, voll der Süße. Was feiert der da? Beim Raiden E-Stack. Okay, das funktioniert auch nicht. Ja, ähm, ähm, was könnte ich denn machen? Vielleicht muss ich wirklich einfach nur diese Minuten überleben, dass es dann einfach losgeht. Taschentuch. Ähm, dass dann der Laden hier losgeht. Ich habe noch eine RPG. Blenka, Düppelgranate. Uh, Moment. Düppelgranate, Leute. Vielleicht kann ich damit seinen Strom-Shit ausmachen. Nee, funktioniert nicht wie eine MP. Du, 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 du. Ähm, Nebelgranate-Magazin, TNT, C4, Claymore, Buch, Mausefalle, Richtmikrofoneration, Nudeln. Ich könnte ihn gabeln. Ich habe ihn getroffen. Ich habe 58 Tücher. Das war kein Treffer. Was ist das? Scheiße. Oh, Kotzi! Boop, 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 boop. Ja, okay, von der Zeit wird es vielleicht problematisch. Er lädt sich ja hier auf, ne? Ah, hätte ich das vielleicht von Anfang an gemacht? Ah, hätte ich das von Anfang an gemacht? Ah! Ah! Was? Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ich habe ihm seine Fresse poliert, verschädigt, scheinbar poliert. Shoot him! Vor allem hast du das, glaube ich, bei deinem ersten Run auch gemacht, so. Echt? Ich kann mich gar nicht erinnern. Er erwischt ihm das Grinsen aus dem Gesicht. Ich kann das nicht machen. Was meinst du, dass du nicht kannst? Ich habe eine Probe zu dem Boss gemacht. Oh? Silence! Ich bin dein Kommandungsverteidiger. Ah! 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 Aber ist der Kampf jetzt geendet, weil ich ihn genau auf Half-Life hatte? Oder weil wir nur noch 30 Sekunden haben? Vulgen? Emergency! Explosives have been detected. All non-EOD-Personnel was evacuated immediately. Ocelot! Find those bombs! Repeat! Explosives have been detected. All non-EOD-Personnel was evacuated immediately. Vor allem, dass er mit der Maske auch nur ein Auge hat. Ich liebe ihn. Er ist so ein scheiß Freak. Bereit für etwas mehr, Snake? Ich habe noch ein paar Tücher. Ich gebe mir mal kurz hier so eine russische Ration, Digga. Was? Wieso? Wieso schmeckt ihm das nicht? Weil es das Russland kommt? Ich will etwas mehr. Oh, okay. Das macht untermativ viel Damage. Jetzt habe ich ein Problem. Ein Schuss von mir. Das war ich. Okay, es war nicht wegen der Zeit. Okay, jetzt weiß ich ja, wie ich ihn mache. Jetzt kenne ich die Strat. Jetzt kenne ich ja die Strat, ne? Das wird jetzt easy. Ja, wieso ist er nicht mehr ausgerüstet? Hallo? Hallo? Hier ist es! Hier ist es! Hier ist es! Ha ha, gedodged! Als ob das kein Treffer ist! Was mache ich? Ich bin eingeschlafen! Das war wohl zu viel Strom. Du hast dich selbst getucht, das geht doch nicht. Vor allem, weil meine Stamina-Leiste auch noch voll ist. Trotzdem nicht eingeschlafen. Huh. Ha ha. Ha ha. So. Half-Life. Ja, wahrscheinlich ist hier der Plan ein anderer und nicht mit dem Tuch. Aber es funktioniert halt, ne? Und bevor ich jetzt weiter rätsele, ich habe ja schon eine Strat, ne? Alter, der hat mir das einfach oben in den Kopf geschossen. Einfach einen Headshot verpasst. Nein, 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 was machst du? Ähm, irgendwie habe ich das gerade... Wieso geht es jetzt nicht mehr? Zemun? Ne. Einfach alles reinballern. Wie hat mich das getroffen? Ach, er macht jetzt zwei auf einmal. Oh. Ich habe Sinn. HAPPIN! HAPPIN! Hä? Okay. Okay, Dark, wie macht man ihn normalerweise? Was ist hier normalerweise die Strat? Ich habe sein Kostüm gerade ausgesammelt, ja? Was gerade rausgefallen ist. Speaking of CQC, aber ich habe draufgeprügelt. Und sie hat alles geblockt. Sie hat alles wegged blockt. Ich muss ihn also von hinten nehmen, aha. Hauptsache Johnny lebt. Der spuckt ziemlich viel Wut dafür, dass er nur getucht wurde. Oh, jetzt kommt der Shit. I remember. I remember. Und sie erfahren, die Luft auf ihrer Brust und im Bauch zu spüren. We will meet at the beach. Ich bin froh, dass ich nicht sagen darf. Ich will nicht, dass du sie kämpfst. Aber ich habe es geschafft, dass es eine besondere Beziehung zwischen den beiden. Freundin nennt man das. Wirklich? Ich habe es geschafft. Aber ich glaube, dass ich es einfach nicht verstehe. Sie hat mich gefragt, dass ich dir etwas erzähle. Ich habe nie jemanden mit so klaren Augen gesehen. Mutter-Sohn-Beziehung nennt man das. Da. Ich habe es geschafft. Bereit zu gehen? Ja. Okay. Woll gehen, woll gehen, woll gehen, woll gehen, woll gehen. Ja, wer hätte gedacht, dass C3 reicht, um fucking Shago in die Luft zu jagen. Niemand. Perfekt. Nein. Es ist nicht vorbei. Es ist nicht vorbei. Wir haben verloren. Nicht gut. Halt dich auf. Ja, wie er sich rauslehnt, um besser abzubiegen. Ähm, darf ich jetzt töten? Ich kann doch jetzt nicht alle zum Schlafen bringen, oder? Oder kann ich ihn treffen? Der guckt ja gar nicht raus, oder? Da sind sie! Sie sind hier! Ähm. Kann ich bitte... Irgendjemand schießt mich an. Überfahren die doch einfach! Motorrad fährt automatisch! Ich schieße nur. Sie fährt ja. Junge, 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 Junge. Ähm. Können wir fahren? Die, die Ich kann ihn nicht schenken. Das RPG kann nicht in diesem Armut ein Töder legen. Lass uns auf die Strecke gehen. Blow him up Oh, Siloth Oh Oh, daneben Oh, er hat auch ein Motorrad Der heutige Ocelot hätte mit einem Schuss beiden ein Headshot gegeben Aus der Entfernung gerade Und da war ich noch alles in die Luft gejagt Der will in Nahkampf gehen Nein Ciao Der war mit einer RPG am Start Ist aber auch echt schwer Der Squat Dicker, wie soll ich den treffen? Bleib doch mal stehen Noo Ganz normale Geräusche, die ein Roboter halt macht Als ob sie die nicht einfach mit einem Helikopter jagen, sondern stehen bleiben, sie aussteigen Und dann stumpf schießen Aber jetzt ist er auf der Startbahn, jetzt kann er losdüsen Ja, schießt doch nicht Lass sie doch einfach in Ruhe weglaufen So, als ob das Schießen jetzt so wichtig wäre Ja, Wolken machen einen kompletten Genocide Run Jetzt gibt er Gas Wie schnell konnte er das Ding fahren? Ziemlich schnell, ne? 500 Ich hätte auch 500 im Kopf gehabt Wie lehnt man eigentlich in dem Teil manuell nach? Ja, zwei schnell hintereinander tippen, zweimal oder was? Ich habe eine Überraschung für dich Ich habe eine Überraschung für dich Du wirst viel rausgehen, du wirst dir raus? Bauch an Okay Okay. Es nimmt auch kein Ende, Mann. Der könnte halt so easy einfach über die drüber fahren, ne? Ich glaube, das tut er jetzt auch. Ähm... Nehmen wir mal jetzt... Ich denke mal, Missiles darf ich ja töten, ne? Ja? Das Tuch! Nimm das Tuch, Hegi! Denk an das Tuch! 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 Die Brücke! Wir sind fast da! Snake, wir haben nur eine Chance. Wir werden ihn auf den anderen Seite beobachten. Wenn der Schagohat auf der Brücke ist, schiebt die Explosiven. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Dass wieder sowas von schief geht! Mit meinem Gamepad-Aim? Oh nein! Oh nein! Let's go! Ich weiß nicht, wieso er auch, wie er mit diesen komischen Drehdingern, mit diesem Boran, auf 500 kmh kommen soll. Ich glaube, das ist, ich glaube, dass er hat jemand irgendwie was falsch berechnet. Soll ich die jetzt schon anschließen? Okay, darum ging es mir. Ich wusste jetzt nicht, ob ich jetzt schießen soll, wenn er drauf ist oder danach, davor. Der Schagelhut ist nicht gefährlich, nur noch ein weiteres. Der Schagelhut ist nicht gefährlich, lass es kommen, Sir. keep your aim steady keep your aim steady keep your aim steady it's here it's here Natürlich. Achso, ich dachte, er ist rübergekommen. Nein! Er hat sich einen Revolver fangen gelassen. Ohne Revolver ist er nichts. Ohne Revolver ist er nur eine kleine Katze. Was halt ein Robot, der für Geräusche macht. Man kennt's. Ja, das war's noch nicht. Drum und Bass, Alter. Nein! Ja! Eva, du take care of the driving. Ja? Ja, ich trust dir. On eine bestimmte Ordnung, verweigst du mich. Du hast es. Ich war stolz, ich würde mir da gehen. Eva, wir machen's. Für Glück. Hier geht's. Ich habe kein Ammo, ich bin... All you can manage. Open fire. All you can manage. All you can manage. All you can manage. Open fire. A fridge. You're wasting your ammo. You're wasting your ammo. Huh? Nicht drehen! Why is that happening? Die! Huh? Dammit! Open fire! Open fire! A fridge! What have you done? Hör dich auf zu drehen! Iva, fahr doch mal schneller! Sonst bist du doch immer so schnell unterwegs! Hat ich nicht gerade noch eine andere Waffe hier gehabt! Wo ist die hin? Wo ist sie hin? Wieso ist sie wieder weg? Immer diese Cutscenes, die mir meine Waffen klauen. Wann ich noch mehr? Was ist das passiert? Was ist das passiert? Ich kann mich nicht mehr! Ich kann mich nicht mehr! Was ist das passiert? Daaaamn! Was ist das passiert? Keep it up! Nein! Ich kann mich nicht mehr! Was ist das passiert? Haben wir ihn verletzt? Wie er die Rakete einsteckt und so und das dauert dann länger. Aber das ist ein kleiner Cheat einfach. Ich denke mal, das war gewollt, aber ich glaube nicht, dass dieses Abusing so gewollt war. Aber außerhalb dieses Kampfes hast du ja auch nicht unendlich Raketen. Sonst könntest du einfach das ganze Spiel mit nur Raketen durchspielen. Und jetzt unten drunter! Doch nicht. Der hat keine Munition drinstecken. Komm schon, du Blockhead! Blockhead? Sie hat einen Taunt gemacht. Er muss drauf gehen, oder? Und auf Eva! Nein! What are you doing? Ich bin dein Leben, oder? Ich finde ihn! Ich bin dein Leben, oder? Ich bin dein Leben! Wenn du ihn! Ich bin dein Leben! Der greift mich an, das ist ja unfair. Das darf der nicht, oder? Okay, Iva, kannst du bitte taunten? Aber Iva, bitte, so taunt ihn doch! Die! Stark, starkes Gameplay, starkes Gameplay von mir hier. Geht das nicht? Muss ich ihn töten? Ich kann ihn nicht, ich kann ihn nicht stunnen. Was hast du getan? Geht das nicht? Der greift! Geht das nicht? Geht das nicht? Geht das nicht? Geht das nicht? Ich versteh nicht, wieso er keinen Damage bekommt. Geht das nicht in kaiaschgaschch- Geht das nicht in karmaier? Ich will dir deinen Keller nicht in chrome! Aber was haben wir denn hier so? Schwere Verbrennungen. Äh, schwere Verbrennungen. Schwere Verbrennungen. Ja, ey. XQC, glaube ich, geht hier nicht. Ja, ey. Steh doch auf, bitte, 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 Schlange! Bitte, 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 Schlange! Bitte, steh doch auf, bitte steh doch auf. Moment, ich glaube, ich habe es gegettet. Ich habe nicht mehr unendliche Raketen. Ich habe nicht mehr unendliche Raketen. Ich glaube, ich muss ihn dazu bringen, dass er irgendwie... Doch, jetzt geht es. Ich kann doch ihn stannen. Wieso geht es jetzt doch? Das war ein Treffer! Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Das sind alles Treffer! Es ist irgendeine Mechanik, die ich noch nicht checke. Ich kann ihn nur bis zu einer bestimmten Zeit treffen. Ich kann ihn nicht mehr. Ich kann ihn nicht mehr. Ich glaube halt Ich muss ihn Ich muss ihn unten anschießen Mit einem Raketenwerfer Und dann Kann ich ihn glaube ich anschießen So ich muss glaube ich Jetzt unten anschießen So und jetzt So He... hä?! Junge, ich kletter gleich da hoch und drück ihm mein Tuch ins Gesicht. Ich kann nicht losgehen! Oh, bitte, Sleeck! Okay, Eva. Hey, das ist ja komisch, wieso ich manchmal, obwohl der Schuss auf jeden Fall auf ihm drauf war, nicht gezählt hat. Das ist doch komisch. Ja, an dem Punkt habe ich festgestellt, dann hat er mal seine Hände nach vorne gemacht, das ist irgendwie sein Block, dann kann ich ihn nicht treffen. Also dachte ich mir, hey, vielleicht, wenn ich ihn immer sein Moppet kaputt mache, dann... Und es hat geklappt, aber auch nicht immer, trotzdem. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Am Ende einfach verlieren wegen einem Unwetter. Sollen den ganzen Patronen explodieren. Frohes Neues. Aber ja, der Blitzmann wurde am Ende vom Blitz getötet. Das ist ein gutes Ende für ihn. 2025 wird alles anders. Das ist ein neues Chat. Das ist ein neues Chat. Zeit für das jetzt. Die Erskraft ist gerade vor. Die Zukunfts-Rusten. Lasst uns gehen. Die haben ja das ganze Cache, ne? Da rein investiert. Hier drin. Deshalb deutsche Wissenschaftler und so. Das ist ein neues Chat. Mit dem thesc Dale-F Kerrio.: Das Betäubungspistole, okay. Das ist ein neues Chat. Wir brauchen das ganze Mal. Ist raus zu goinst? Geht's? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Aber wieso steckt mir die Waffe wieder weg? Wieso nicht auch direkt weiter fahren, ne? Wieso da reinfahren, bisschen im Kreis drehen. Endlich wieder im grünen. Oh nein. Nicht die Fliegenden. Das war kein Trevor. Das war kein Trevor. Doch. Wo ist er? Abhin. Ja, Helikopter durften früher auch fliegen, okay? Wieso darf der jetzt nicht fliegen? Boah, Iva, bitte. Kannst du ein bisschen vorsichtiger fahren? Ei. Das war kein Treff noch. Was up ahead. Was soll ich abschießen? Dein Gesicht ist miserabel. Ach. Ach. Klar, wieso sollen wir das heute nicht mehr schaffen? Wir haben doch erst 18 Uhr. Ja, dann ist es halt 19 Uhr. Sind wann streame ich nur bis 19 Uhr? Hallo? Was? Wieso? Hallo? Okay, ich halte mich fest. Ich habe mich festgehalten. Und viel besser inszeniert, natürlich. Oh, shit. Wollen getroffen. Das war Ocelot, ne? Ja, halt Finger drauf. Aua, auf den Rücken. Keine Luft. Ich bin hier. Ich habe heute über Angst, ein bisschen Leute vor dem Endboss. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Endboss. Oh, nein. Wieso denn das? Ich meine, ich hatte damals ziemlich Probleme. Snake. Den Boss zu verstehen. Sehr schlecht. Nicht ein sensitives Knochen in deinem Körper. Eva. Was ist mit dir, Snake? Ich bin gut. Das ist gut, zu hören. Wieso legt sie sich auch so unpraktisch auf diesen Ast da drauf? Let's go. Leave me. Eva! The Boss is waiting for you. You have to go. Give me a gun. No, we're getting out of here. We're still far away from the lake. I'll never make it. I can't believe this. I never thought I'd see you act this week. What do you mean? Listen to me, Eva. We're doing this together. No, you... We all in this together. I need you. Sag du mal, Zac Efron. Say that one more time. I need you. Oh shit. I can't fly the weight by myself. Oh. Ouch. Ouch. Ouchi. Ouchi. Okay, then. I guess I'd better help you out. You're lucky to have me. Snake, can you hear me? Paramedic. Thank God. Eva's been seriously hurt. So have you. Luckily, I think her organs are all intact, but... Calm down, Snake. Calm down? You'll both be fine as long as you get the proper emergency treatment. But you're the only one who can do this. Understand? So you've got to calm down. Right. Okay. Okay. Now let's open up the survival viewer and treat the injury. Do you have supplies with you? I'm running kind of short. Then by switching the survival viewer over to Eva, you can treat her wounds too. Now get to work. Oh, and Snake, I'm pretty sure you know this already. But if you don't have enough supplies for the both of you, your wounds come first. Stark. Do you get my meaning, Snake? You've still got a mission to complete. Lass sie liegen. Yeah. I know what I have to do. Snake? Like this. Äh, Heilmittel? Und jetzt kann ich hier auf Eva wechseln. Okay. Interessante Physiken. Schnittwunde. Mhm, 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 mhm. Wir desinfizieren sie. Dann nähen wir sie. Dann gibt es noch einen Druckverband. Zack, zack, zack. Was haben wir hier noch? Äh, schlimme Schnittwunde. Ja, machen wir das Gleiche. Desinfizieren. Ver... Zack, zack, zack und zack. Es gibt ein Mistack mit dir? Was denn? Schon zu spät? Ich hab Medizin studiert, ja. Bin super Arzt. Hier. Es ist anders als der Mauser. Wenn du eine Züge-Gruppe benutzt, musst du dir bemerken, wo du deine Hände oder deine Fingern werden durch das Exhaustgas aus der Zylindergap. Kann ihren Operationsverlauf gr-gr-grin? Was ist denn gr-grin? Grin? Gehen? Grin? Gehen? Gehen? In ihren Operationsverlauf gehen? Juhu! Snake, bist du okay? Ich bin besser. Was ist Eva? Das hab ich ja ganz vergessen. Das hab ich ja ganz vergessen. Es gibt nen Operationsverlauf? Wo das denn? Was ist Proktitis? Bauchschmerzi. Hypoxie. Schlag bekommen. Was ist Hypoxie? Was ist Proktitis? Loch im Zahn. Gastritis. Nachtangst. Ich bin nur Superarzt für Krieg. Enzephalitis. Der Zecken. Frustbeule. Und was davon ist jetzt der Easter Egg? Ah, da oben. Die Brustoperation. Meint ihr? Das ist das Easter Egg. Dass sie sich die Tillis gemacht hat. Das ist also das... Es gibt das Wichtigste. Einfach das Wichtigste. Knochenbruch. Ähm, kann ich auch Eva was zu essen geben? Hallo, was haben die denn alle gegen russische Rationen? So, dann kann ich sie noch schlafen legen, habt ihr gesagt. Was jetzt anrufen? Snake, bleib auf deinen Knochen. Der Krieg hat... Komm, Eva, wir müssen los. Ja, wir müssen... Wir müssen nach Süden, Eva. Genau dort. Das ist schön. Das ist so schön. Fido, wer ist denn Fido jetzt? Ja, sie hat... Kriegt vom Boss öfters mal eine Massage halt. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Ich muss hier ein paar Sachen mal wegpacken. Und zwar... Das hier. 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 Fido ist ein Hunde-Name. Ah. Der hat ein Doggy. Ich hab kein Schalldämpfer mehr, Chad. Hinter uns? Ach du Scheiße. Eva? Eva? Okay, dann töte halt alle. Eva, können wir gehen? Komm Eva, halt dich ran! Als ob das kein Headshot war. Die kann aber auch echt ein bisschen schneller gehen, ich weiß, tut halt wie an der Seite. Aber komm schon. We lost the enemy also. Stark! Stark! Er sticht sie einfach ab! Komm jetzt! Er sticht sie einfach ab, Alter. Ich hab nen Pimmelschuss bekommen. Komm schon! Ich glaub, ich bin schneller, wenn ich sie über den Boden ziehe. Ah, ich muss irgendwo hin. Ich bin einfach den Weg entlang gelaufen, aber wir scheinen wohl richtig zu gehen. Äh, X ist das Ziel, ja. Was für bei dem Tempo, ich komm voll gut voran. Ich komm voll gut voran, gar kein Problem bisher. Na ja, da wird zurückgerudert, Playmo, okay, da wird zurückgerudert, ich merk schon. Jaaa, okay, springen kann sie. Chuuuch! Chuuuch! Bleib stehen! Ich hab mich selbst eingetucht. Bleib! Ich hab ihn gesehen. Ich sehe ihn. So, okay. Ähm, Schlange ist nicht verletzt. Aber Eva ist verletzt. Sie hat eine Schnittwunde. Dann snack mir kurz was. Und sie kriegt das eklige russische Essen. Die stellt sich aber auch an. Wir kämpfen hier ums Überleben. Äh, Tarnung könnte ich vielleicht mal anpassen, ne? Damit die mich hier schneller, äh, schlechter erkennen. Rinde scheint gut zu sein. Schwarz sogar noch besser. Okay. Schade, dass ich die nicht irgendwie so huckepack tragen kann oder so. Der ist ja noch einer. Grüße! Ja, links oder rechts? Gehen wir mal hier weiter. Degger! Ey, Iwesan. Ja, sie ist auch verletzt. Ihre Stamina sinkt ja die ganze Zeit. Die ist ja sehr schwer verletzt. Komm, Alde. Lass sie einfach liegen. Ja, Snake braucht sie. Er kann sonst nicht fliegen. Der liegt da drin einfach. Die liegen da in den Gebüschen, Leute. Die machen einfach auf Snake. Wo war das bitte kein Treffer? Okay, wollte schon sagen. Die lernen! Ähm, ich hab doch irgendwo noch so ein Thermo-Shit, ne? Da kann ich doch mal gucken, ob die hier irgendwo noch versteckt sind. Das hier, ne? Invader also. Ist das da einer? Ich hab den im Busch doch nicht getroffen. Jetzt hab ich ihn getroffen. Der steckt jetzt nicht ein? Doch. So, Iwesan. Kommst du hier runtergejumped? Junge. Verletzt, by the way. Eiskalte Busch-Camper, ja man. Ja, hätte ich den anderen Weg genommen? Ja, dann wär ich voll reingelaufen. In deren Falle. Ja, 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 ich weiß. Wenn du am Kopf triffst, die direkt gestern, wenn nicht, dann nicht. Aber ich dachte, ich hab ihn vorher im Busch schon getroffen. Aber hab ich wohl nicht. Tududu, tudu, 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 tudu. Sind wir angekommen? Wir sind angekommen. Ich hab's geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wie er so schwarz angemalt ist. Scheiß Freak. Jetzt kann ich auf einmal joggen. Halt wirklich. Was soll das? Es ist der Boss, nicht wahr? Ich geh' die Wig bereit, um zu entfernen. Genau. Ich lasse euch zwei alleine. Aber komm zurück in einem Stück, ok? Ich glaub auch, sie simuliert. Promise me. Er hat nicht den Daumen gezeigt. Ichin. Ichin. Ichin versus Sekiro. Das ist die Aura von The Boss, chat. Königshaki. Ich hab' mir die Rüstung nicht angeschaut von Wolgen. Fuck. Ichin. 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 Absolut nicht. tying. Absolut nicht. Ichin. und sich in den Mann, wie du heute bist, damit wir uns in der Krieg befinden können. Ein Soldat, die Angelegenheiten nicht verwendet werden, um die Freunde zu verletzen. Also, was ist ein Enem? Ist es so, wie ein absolut, timeless Enem? Es gibt keine solche Enem. Und nie hat es. Und die Grund ist, dass unsere Enemies sind Menschen, wie wir uns. Sie können nur unsere Enemies sein. Der Welt muss wieder sein. Die Philosophers müssen wieder sein. Ich werde meine Arme zu diesem Ziel. Und mit dem Colonel's Geld, ich werde das Ende erreichen. Just wie ich die Cobras erschaffen habe. Sie sind meine Familie. Ich kann nicht mehr werden, aber ich habe eine Familie. Es war November 1st, 1951. Ich war in die Nevada desert, participating in Atomic Testing. Die Name, Nevada, ist von Spanisch. Die Name, Nevada, ist von Spanisch. Das ist Teil der Grund, warum ich euch an dich trage. Du und ich sind zusammen. Wir sind beide langsam durch die Karma der anderen. Wir werden niemals die Chance, in der alten Zeit zu sterben. Wir haben keine Zukunft. Was? Aber wir können immer noch Hoffnung für die Zukunft haben. In 1960 sah ich eine Vision des idealen Zukunfts. Von Spanisch. Sind die beiden verseucht? Three years earlier, the Soviet Union had succeeded in launching Sputnik, the first man-made satellite in history, into orbit. This came as a huge shock to the United States. In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mercury program. Even as the Soviets seem poised to send their first man into space, America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human data. So they secretly decided to send a human being into space. I was the one they chose. At the time, they didn't have the technology to block out cosmic rays, and whoever they sent up would inevitably be exposed to heavy radiation. That's why they chose me. After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. I could see the planet as it appeared from space. That's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the US and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. I'm sure you can see that. But the Earth itself has no boundaries. No East, no West, no Cold War. And the irony of it is, the United States and the Soviet Union are spending billions on their space programs and the missile race, only to arrive at the same conclusion. in the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. A world without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. But reality continued to betray me. But reality continued to betray me. In 1961, I was into Cuba, to Bayer de Cuchinos. Takshigami. It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country. But the U.S. government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support. Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army. All I could do was watch in silence. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for. By the very government I dedicated my life to defending. I was driven from the surface world and I went underground. Then, two years ago, I faced the sorrow. My old comrade in battle. He dead. He dead. But one of us had to die. And den konnte man schon ganz am Anfang sehen. Das hier, ne? The sorrow gave his life for me. There is no enmity between us. One must live and one must die. That was the mission. The ones who gave me that mission were the philosophers. So hat sie ihn gar nicht getötet. Wer hat sich geopfert? The true holders of power in the United States, the Republic of China and the newly formed Soviet Union gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wiseman's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control and the Wiseman's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate. The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict and in turn triggers the next war. Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others forming an endless spiral that will continue on for eternity. Glider. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. It was my father who explained all of this to me. He was one of them. You see, I am the last remaining child of the philosophers. But after he revealed the truth, my father was killed by that same shapeless, formless organization. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. We'd been given a top secret mission to locate and destroy enemy V2 rocket installations. I was pregnant at the time. Oh no. The sorrow was the father. I gave birth on the field of battle. A beautiful baby boy. But my child was snatched away from me by the philosophers. Look at this scar. This is proof that I was once a mother. I gave up my body and my child for my country. There is nothing left inside me now. Nothing at all. No hatred. Not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me. Slithering through my body. Like a snake. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. I feel content. Snake. Commence the operation. I raised you. I loved you. I've given you weapons. Taught you techniques. Endowed you with knowledge. There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life. By your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss, will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, Migs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives, Jack. Boss. She's so cool, man. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. Face me. She's so cool. Let's see what you're made of. Okay. Wo sind meine Tücher? Head up, Snake. Wo sind meine Tücher? Nein, das ist kein Tuch! De-de-de-de-dee, de-de-de-dee, de-de-de, de-de-de-de-de… Das Tuch kommt dich holen! Scheiße… You better run! Das Tuch. Es kommt dich holen. Schade. Ja, Tuch 1. Tuch 2. Zieh mal, wisch und weg. Ja. 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 Noch ein paar Zigaretten. Wo ist sie hin? Okay. Juli, danke schön für 34 Monate. Danke schön. Was ist die Strat hier? Also einfach auf sie zurennen und das Tuch spammen ist es wohl nicht. Die Zigarre holt er nicht raus, weil er ein dummer Speckwürfel ist. Aber wieso ist sie unsterblich? Aber wieso ist sie unsterblich? Wieso prallen meine Patronen hier ab? Oh Gott, okay. Die D 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 T-T-T-T-T! Nein, das geschafft. Wie viel Damage aber auch dieser Wurf macht, ne? Stehen! Knochenbruch, okay, chill. Die Frau bricht mir einfach Knochen. Oh, ich dachte ich hab meine... Die hat mich getreten! Die hat mir mit diesem Tritt was gebrochen? Die hat mir gegen den Fuß getreten und einfach meinen Oberschenkel gebrochen. Das ist die Radioaktivität in ihr. Ich weiß nicht, was ich drücken soll! Okay, Zigarre, du willst Zigarre? So, küsst du Zigarre. Okay, Zigarre hier noch. Okay, ich glaub ich hab's raus. 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 Wann muss ich drücken? Ich check's nicht. Ich spam einfach alle Knöpfe. Manchmal klappt's, manchmal nicht. Ich hab's raus. Ich hab's raus. Ich hab's raus. He's gone! So, was machst du jetzt, ich bin unsichtbar. Äh, bevor wir, stimmt, ich habe vergessen, bevor wir beenden, Chat, ich muss mir noch die Uniform, hier, kalter Krieg, sowjetische Feinde schrecken vor einem Angriff zurück, oha, oha, okay, stark. So, ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Oh, oh, ich hab keine señor Roden, das darf ich ja geradeelle Einmalen dein über tym Jahrzehnte bis Mexiko Klassen von ethnischem Design vor einem Haus reviewer Gedächtnis, dass er Presbre. Oh, 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 oh! Mönzige Ratten sind bereit. Ich habe noch elf Stück. Da hängt ja eine Schlange am Baum. Die hat mich gesehen. Ich habe dich gefunden. Der Counter. Hohoho. Schlange. Schlange. Die ultimative Deckung in jeder Umgebung. Okay. OP-Rüstung. Psst. Der Patriot Ich muss das fürs Finale unbedingt mein Oberteil ausziehen Take this, keep it safe It's our only hope Patriot Why are you giving me this? Jack Or should I say Snake You're a wonderful man Kill me, kill me now Do it There's only room for one boss and one snake Ich glaube ich kann eins schießen oder? So ist der Krieg Chat This is war War das Gewehr auf Betäubung? So sehr du ein Pazifist Pazifist Run machen willst Im Krieg sterben immer Leute War never changes Gewehrt 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hast du gut gemacht, Eva. So, wolltest du das hören? Du bist eine ganz gute. Ocelot! Ocelot! Wir sind noch nicht fertig. Das Fluggeräusch klingt wie das von Cortex aus Crash Bandicoot. Ocelot! Ocelot! Eva, mach mal ein geiles Manöver! Ich glaube, ihr habt ein anderes Problem als Too Heavy. Auf die Nase! Auf die Nase! Ocelot ist einfach viel zu dick. Ocelot! 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 Was sagst du zum zum letzten Spangnikum? Todesfalls. Ey, das ist unfair, das sehe ich jetzt nicht. Jetzt weiß nicht, welche meine ist. Das ist jetzt unfair. So hinterm Rücken ist gemein. Was ist dein Name? Snake? Nein, nicht diesen Namen. Du bist kein Snake, und ich bin kein Ocelot. Wir sind Männer, mit Namen. Mein Name ist Adamska. Was ist dein? John! John Snake! Sehr gut, John. Spiel Name. Aber ich werde es nicht vergessen. John, Metal Gear. Komm schon! John, welche nehme ich? Du, 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 du. Links. Auf Wiedersehen... Du, 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 du... Eins Lachen! GG. Mhm. Ich hab die richtige Wahl getroffen. Was bringt der jetzt einfach? John. John Metal Gear. Was wäre passiert, hätte ich jetzt die falsche Waffe genommen? Er hat sich gewundert wieso du nicht tot bist. Ah, okay. Ja, fang einfach mit Solid 1 an. Auf der PS1. Oder du holst dir diese Collection halt hier. Da hast du dann 1, 2, 3. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es sicher. Wir sind tot. Oh nein. Nichts. Ne, David ist der Synchronsprecher. Ne, David ist der Synchronsprecher. Wir haben es nicht. Wir werden uns unterreden. Wir waren so nah. Weißungssysteme auf. Locked auf der Target. Wir sind nicht. Ne, chronologisch ist immer doof. Man sollte immer nach Release am besten spielen. Deshalb fang einfach mit Solid 1 an. Und dann, let's go. Thanks. Thanks. Wie er grinst, Junge. Schau, die Migs sind zurückgekehrt! Oh nein! Jetzt hab ich in dem Moment ein Küssen-Deng. Die D.C.I. und den Präsidenten sind bei Langley. Schau, sie warten. Ich warte. Wir sind durch Chat. Jetzt kommt finale Cutscene. 14 Stunden. Ich bin oben ohne gewesen, okay? Wieso hab ich wieder ein Outfit? Ja, im Gästchen war mit dem Film am Ende. Ja. Ja. Ja, okay, chill halt. Ah, das hat Shadow the Hedgehog auch gesagt. Ich nehme Odas von niemandem. Jetzt wird eigentlich die Snäke eatet. Ich habe die Snäke am Stöhnen. Ey! Das ist Paramedic, die wollte mir was über Filme erzählen. Tja, wer ist jetzt hier der Boss, hm? Gleich explodiert die Batterie. Das ist Paramedic. Ich bin oben ohne. Ich bin oben ohne. Ich bin oben ohne. was tempted by the snake in the garden of eden but this time around it was i who tempted the snake and got away with die miese sorg anubian dankeschön für 20 monate scheiß beibehalt aber die hat ihm den chip geklaut wahrscheinlich und jackie was für china digger was für china der triumph was gewonnen hat the philosophers still exist in china too you see my mission was to find out where vulgan was hiding the philosophers legacy and steal it so i infiltrated his base as a kgb spy the two nsa codebreakers who defected in 1960 we're actually both men the real adam never showed up at the meeting place saving me the trouble of having to eliminate him i sneaked in by pretending i was eva and you and sokolov and vulgen you all believed me the philosopher's legacy was originally held in common between the us soviet union and china we couldn't let the russians and the americans take it all for themselves the chinese government had its eye on the legacy too i got the film containing the legacy and also the nuclear missile launch data from the shagohad five years ago the soviet union stopped supplying us with nuclear weapons technology since then china's lianda uneasing hydrogen bomb and space rocket projects have fallen behind but with this data our country will be able to develop its own nukes we'll create a deterrent force to rival those of the us and soviet union everything has gone according to plan thanks to your help i too am one of the philosophers i'm an agent of the philosophers a graduate of one of their charm schools i was raised in a joint u.s soviet chinese facility to become a sleeper agent this was before the war back then there were collecting children from all over the world as a result i'm indistinguishable from a native born american so it didn't surprise me when you and vulgen couldn't tell the difference but she knew right from the beginning she knew because before the war she was at one of the philosopher's schools too as an instructor the boss was the only one i couldn't fool she was the only one who knew i was a fake she told me everything why did she open her heart to me like that at the time i couldn't understand it but now i think i do snake she wanted you to know the truth she chose me to tell you that's why she saved my life i've lied to you so many times but not this time my orders from the government were to obtain the legacy and to eliminate everyone who knew the truth about what happened in other words i'm supposed to kill you sie hat wieder schwäche gezeigt schwach schwach oder weil du schwach bist schwach Snake, hör auf mich. Sie hat nicht die USA gebeten. Nein, weit weg von ihm. Sie war ein Hörer, der für ihre Lande murte. Sie hat ihre Mission geführt, zu wissen, was zu passieren. Ja. Selbstverschmutzung. Denn das war sie. Du bist sogar über den Boss. Du bist ein Bösen. Ich habe dir den Titel von Big Boss. Du bist ein wahrer Patriot. Und der Snake, den wir aus A1 und 2 kennen, ist quasi sein Klon. Und das ist der OG Snake. Der Big Boss. Der Liquid Snake ist auch ein Klon von ihm. Du weißt, wir könnten eine Infiltration-Unit wie Fox in der Armee benutzen. jemand wie ihm, um unsere top-secret-Sneaking-Missionen für uns zu behandeln. Ein Mann, der die Qualitäten eines Soldaten und einem Agenten kombiniert. Der Boss' Befehl war ein Ruse, die durch den US-Görner gelegt wurde. Es war alles ein großartiges Drama, die von Washington, so dass sie ihre Hande auf den Philosophers'Legasie konnten. Und der Boss war die Star der Show. Sie haben ihn geplant, damit sie die Legasie konnten, die Colonel Volgen inhörte, und die Schagohot in der gleichen Zeit. Nur ein legendärer Hero, wie der Boss, könnte sie bekommen von Volgen's Vertrauen. Verstehen, wo der Philosophers'Legasie war, war ihre größte Mission sein. Alles ging wie der Plan. Aber dann ist etwas passiert, das niemand hätte predikten können. Colonel Volgen hat eine amerikanische Nuklear-Fahrer in der Forschungsfassilie Sokolow. Der scheiß Freak, man. Khrushchef, dass der US-Görner gefordert, dass es nicht involviert wurde. Sie können nicht nur die Operation abortieren, um die Legasie zu holen. Deshalb war die Operation sehr großartig expandiert und reduziert. Die Autoritäten in Washington wussten, die Welt, die sich selbst verletzten, die sich selbst verletzten. Sie hat keine Wahl, aber sie hat eine gewisse Angelegenheit. Sie hat die Welt zu beenden. Sie hat die Welt zu beenden. Sie hat die Welt zu beenden. Eine Person würde sich so verabschiedet werden. Die Verbrauchung der Verbrauchung folgt sie in ihre Hände. Die Zukunft der Generation werden sie verabschiedet. In Amerika, als eine traurigende Traurin, mit keinen Sinn von Ehreinheit. Und in Russland, als ein Monster, der eine Katastrophe hat. Sie wird in der Geschichte gescheitert werden, als eine Kriegkriminein. Und niemand will ever verstehen sie. Das war ihre letzte Mission. Und wie ein wahrer Soldat, sie hat es bis zum Ende gesehen. Aber ich denke, sie wollte Sie, von allen Leuten, wissen die Wahrheit. Sie wollte es leben, in Ihren Erinnerungen. Nicht als Soldat, sondern als Frau. Aber sie wurde verletzten Sie selbst zu sagen. Und deswegen hat sie mir gesagt. Schneck. Geschichte. Wir wissen nie, was sie gemacht hat. Niemand wird die Wahrheit lernen. Seine Geschichte. Seine Nachricht. 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 Sie hat sich verletzt ihr Leben und ihr Ehre für ihre Lande. Sie war ein wirklicher Hero. Sie war ein wirklicher Patriot. Seine Nachricht. Das ist unser Moment. Das ist unser Moment. Er weint sogar. Ja. Ja. Grozny Grad und die Grannan-Research-Facility haben beide ohne einen Tränen verletzt. Das ist noch ein Plotfest. Ich verstehe, Herr. Aber sie waren notwendige Verletzungen. Ja. Die CIA hat sich umgekehrt. Eine der wenigen Sachen, die noch bei mir hängen geblieben sind, was die Story angeht. Dieser Moment hier. Ich glaube, das White House wird sich verletzt. Khrushchev ist fertig. Dein Zeit ist endlich gekommen. Ja. Der Präsident amerikanische Präsident ist auf uns, um die ganze Sache zu halten. Wir haben ihn bei den Ballen. Es sollte eine wertvolle Trump-Karte in future Negotiationskarteien. Ja, Chief Director, natürlich. Ich werde die KGB informiert. Er redet im fünften Teil auch so gut wie nicht. Okay. What the fuck? Ja, das ist mir. Der Boss hat ihre Aufgabe geschafft. Der Philosophers' legacy ist jetzt sicherlich mit uns. In Amerika's hands. Mit diesem Geld, ja, die Philosophers können endlich wieder zurückkommen. Der Film, den wir den Chinesen, war ein Fake. Peking muss in ein Upro right about now sein. Ich glaube so. Nur halve der Geld hat es zurückgebracht in den USA. Der KGB muss immer noch ein Teil des Legasies. Ja, die Weaponin wurde reduziert in Ashes. Das stimmt. Grozny Grad hat auch von Davy Crockett gebracht. Das war auch der Boss. Sprecher von dem, ich habe etwas von Granon bekommen, das Sie vielleicht finden, interessant. Es ist ein revolutionärer, neue Nukleer Attack System. Vielleicht wird es vielleicht einfach in die Hand. Ja, wie ist das? Der Metal Gear. Ja, wir haben John. Ich meine, Snake, zu bedanken. Khrushchev glaubte es auch. Ja, sie haben unsere Geschichte. Ich glaube nicht, sie werden schreiten. Ich glaube nicht, sie werden schreiten. Ich denke, sie werden schreiten. Und die Sowjets haben noch nicht meine echte Identität entstanden. Sie haben keine Idee, dass ich sie trippelkrossen habe. Ich werde meine Aktivitäten fortsetzen als Kontakt für die neue Regierung. Ja. Doch, ich schon. Ich habe es nicht vergessen. Doch, ich schon. Ich habe es nicht vergessen. Natürlich. Ich habe kein Elefant bekommen. Ich habe kein Elefant bekommen. Ich habe Iguana bekommen. Spezialobjekt, nicht verwendet. Was ist ein Spezialobjekt? Was ist ein Spezialobjekt, Chad? Ich habe zwei Personen getötet. Nein! Das ist dieser eine Moment gewesen, wo ich aus Versehen die Pistole verwechselt hatte. Und dann haben wir beim Sorrow-Boss-Kampf keine Geister gesehen. Und ich habe gehofft, dass ich es damals nicht gespeichert habe. Und dementsprechend ist niemand gestorben. Aber es sind doch zwei Personen gestorben. Ach, scheiße, Mann. Ocelot einfach die größte falsche Schlange überhaupt. Ja, Mann. Sechsmal Lebensmedizin verwendet. Ja, alle, die ich gefunden habe. Schaden insgesamt 31 Lebensbalken. Schwerverletzt 94 Mal. Oh, Mann. Oh, Mann. Aber ja, ist ein sehr nice Game. Aber ich weiß nicht. Also für mich, ich muss sagen, der dritte Teil, was Story-Pacing angeht, ist... Bin ich kein Fan von. Bin ich kein Fan von. Es ist irgendwie so ein bisschen... So ein bisschen Kingdom Hearts 3-mäßig. Auf dem Weg zum Finale passiert halt Story-mäßig echt wenig. Und dann kommt all der ganze geile Scheiße. Und das ist so ein bisschen schade. Das fand ich halt beim ersten Teil und beim zweiten Teil so geil. Da war man halt von Anfang bis zum Ende die ganze Zeit so... Ja, in der Mystery so drin quasi. Und du hattest die ganze Zeit Stück für Stück immer so Plot-Devices reingeworfen bekommen. Was dann die ganze Story interessanter gemacht hat. Aber der dritte Teil ist halt echt nicht so geil, was das angeht. Der dritte Teil ist halt sehr Gameplay heavy, der dritte Teil. Sehr viele coole Mechaniken und so. Aber das, was ich halt am liebsten liebe... Liebsten liebe. Das, was ich am liebsten mag von Metal Gear. Und das ist halt diese Story und so. Die kommt hier leider zu kurz. Der ganze geile Scheiß kommt halt am Ende. Nach so zehn Stunden lang... Ja, ich laufe durch den Dschungel rum. Töte ein paar Cobra-Leute, wie so auch immer. Und dann am Ende Story, 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 Story. Und das ist halt irgendwie... Schade. Schade. Der Teil würde mir halt so viel mehr wahrscheinlich gefallen. Als der erste und der zweite. Aber ja. Aber ja. Trotzdem natürlich ein Banger-GM. Trotzdem Meisterwerk. Trotzdem Meisterwerk. Und ja, Chat, das war's auch vorerst. Mit Metal Gear. Welcher ist dein Lieblingsteil? Der zweite. Der zweite ist der geile. Den mag ich sehr gerne. Vor allem jetzt, wo ich nochmal replayed habe, den zweiten Teil. Ähm. Mochte ich auch das Gameplay sehr gerne. Und den, ähm... Und das Level-Design mochte ich sehr gerne. Was ich zum Beispiel in dem Teil nicht so... Nicht so geil fand. Zum Beispiel, ähm... Dass man so viel in diesem Dschungel unterwegs war. Und ich meine, klar, das ist ja das Ding dieses Spiels, ja. Naked Snake, so Rambo-mäßig, du bist im Dschungel unterwegs, so. Das ist ja das Thema irgendwo. Aber diese ganzen Dschungel-Passagen fand ich halt die schlechtesten im ganzen Spiel. Das war das langweiligste eigentlich. Die geilsten Passagen spielerisch waren halt zum Ende dann, wo man dann in diesen Lagern rumgelaufen ist und so. Aber das war auch dann nicht so geil irgendwie. Es sah alles so groß aus. Im Endeffekt war das alles so klein und... Da war das irgendwie bei Metal Gear Solid 1 und 2 irgendwie viel geiler designt. Ist alles irgendwie viel geiler designt. Also jetzt nicht optisch, sondern halt wie die Level aufgebaut sind. Ähm... Und so war irgendwie alles spaßiger. Irgendwie hat sich das alles viel durchdachter angefühlt als... Als hier. Hier ist irgendwie alles so groß und so offen und joa... Let's go. Dementsprechend... Der zweite ist schon der geilste für mich persönlich. Oha, was geht ab Attrax. Und wir hatten kein Raiden... Kein Big Pudi von Raiden. Du hast mich damals beleidigt, als ich meinte, dass Metal Gear Solid 2 Gameplay nicht so bad... Äh... Nicht so bad ist. Ja, es ist halt schwierig. Man muss halt... Oh, das klingelt an der Tür. Ich bin gleich hier dran. ... ... . Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ach so, Metal Gear Solid 2, wenn man das zum ersten Mal spielt. Und wenn man nicht weiß, was dich erwartet bei Metal Gear Solid 2, ja, dann hast du keine gute Zeit. Und beim zweiten Mal, als ich gespielt habe, wusste ich, was mich erwartet. Und dann konnte ich mich besser drauf einstellen. Und dann konnte ich es auch mehr enjoyen. Dann konnte ich es auch mehr enjoyen. Deshalb fand ich das auch beim ersten Mal so katastrophal scheiße. Beim ersten Mal, als ich rausgekommen bin aus Metal Gear Solid 2, damals vor vier Jahren, habe ich ja gesagt, geilste Story überhaupt, aber beschissenstes Gameplay überhaupt. Und diesmal kam ich viel besser damit klar. Und hat auch viel, viel mehr Spaß gemacht. Weil diesmal habe ich es besser gecheckt und habe es besser hinbekommen. Auch in Metal Gear Solid 3 kam ich auch viel besser diesmal klar. Weil beim letzten Mal habe ich ja einfach nur alles niedergemäht. Ich habe die AK rausgeholt und aus der Hüfte einfach alle niedergemäht, weil ich die ganze Zeit genervt war von dem Alarm-Shit und so. Aber ja, das war es mit Metal Gear Solid. Wir sind durch vorerst. Und ich denke mal, wir werden weiterspielen, sobald die nächste Collection gekommen ist. Ich meine, klar, wir können jetzt auch Peace Walker spielen, den vierten Teil, den fünften Teil oder so. Habe ich ja alles theoretisch hier. Habe ich ja alles theoretisch hier, aber... Ich denke, wir machen das, wenn die Collection kommt. Nee, die kommen nicht in zwei Jahren. Die kommt bestimmt noch dieses Jahr. Die kommen wahrscheinlich dieses Jahr... Wieder irgendwie im Oktober, November. Bestimmt. Bestimmt. Und dann nächstes Jahr kommt das Remake von dem dritten Teil. Und ich hoffe, dass in der Collection Peace Walker drin sein wird. Ansonsten keine Ahnung, was da drin sein wird. Vier, Peace Walker. Wenn Peace Walker nicht drin ist, dann ist dann vier drin. Und was dann? Fünf oder was? Collection aus einem Spiel. Ja, das wäre ja mega dumm. Deshalb, ich denke mal, dann wird da Peace Walker drin sein. Der vierte und der fünfte. I guess. Aber den fünften zu supporten, Remaster... Ja, kann man machen, ne? Gab's ja nur... Gab's ja auf der PS5 noch nicht, ne? Ja. Ja. Kann man machen. Aber gut. Das war's damit, Chat. Banger Game. Es geht um, zwei Mal hin. Wir sehen. Wir sehen. overheRe şey. Untertitelung des ZDF, 2020